Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Life is Strange, von einer neuen Episode und es müsste Episode 27 sein. Oder so in etwa. Auf jeden Fall spielen wir jetzt Episode 4, The Dark Crew. The Dark Crew You don't know who the fuck I am, or who you're messing around with. Don't ever touch me again, freak! The Dark Crew Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Nicht jetzt. Es wird nicht funktionieren. Ich weiß, dass das nicht so schön ist für einen von uns. Frau Caulfield, bitte, erzähl uns alles. Hey, Stelma und Louise. Das ist Rachel's Bracelet. Warum hast du die Bracelet? Calm dich, okay? Es war ein Geschenk. Max, wir müssen uns bald finden. Wie du gesagt hast, es ist Zeit zu beginnen die Suche für Clues. Willkommen in meinem Domain. Wir suchen was wir wollen und es schlagen. Max, wir müssen uns diese Files anschauen. Rachel in der Dark Room. Over und over. Das ist es. Listen, ich habe Bilder von Rachel und Frank. Being mehr als ein Freund. Ich kann nicht glauben, dass sie Frank schlägt. Rachel straight up ließ zu meinem Gesicht. Warum nicht sie sagen? Also, wer du die meisten wollen? Mein Vater, natürlich. Hallo? Nein, du bist nicht. Ich weiß, was es ist, dass dein Vater nach Hause kommt, wenn du ein Kind bist? Ever seitdem er stirbt, mein Leben ist in verdammt. Chloe, ich bin großartig. Wir sind großartig. Hallo? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. Und genau da beginnen wir. Mit Life is Strange Episode 4. Was ich jetzt schon zum zweiten Mal gesagt habe. Aber egal. Ich war ja vom Ende so ziemlich zwiegespalten. Mal gucken, wie das weitergeführt wird. Als erstes mache ich natürlich wieder... ...den Soundleiser. Was denn noch sonst? Hm. Nebenbei rendere ich und lade auch gerade noch hoch. Und zwar das Metal Gear Rising Projekt. Aber das soll uns jetzt nicht ablenken. Einzige, was unserer Aufmerksamkeit gerade bedarf, ist... ...dieses Spiel. Okay, scheinbar sind hier ziemlich viele Leute gestrandet. Ich weiß nicht warum. Hm. Ich weiß nicht. Ich bin froh, dass wir uns sind. Es war schön, dass du mir echte Buchstaben hattest. Das ist mehr als meine anderen Freunde gemacht. Und du hast sogar geschrieben auf dem coolen Parchment-Papier. So, Max. So pretentious. Aber ich liebe es schreiben, wie ein Englisch-Poet. Du verdienst das beste, Stationary. Wahrscheinlich einfacher zu schreiben, als zu besuchen. Ich sage das nicht in einer blöchigen Art. Nicht total. Du hast wahrscheinlich versucht, diese Gespräche zu vermeiden. Uh, ziemlich. Ja. Das Schlimmste, was du kannst, ist mich wie ein Baby. Ich will trotzdem rüchtern und mit meinem Lieblings-Papier. Kannst du uns aufhören? Das ist wirklich das beste Bild der Sonne. Was? Was sind die Fotografie? Die Golden Hour. Wie? Without dich hier, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, du kannst dir ein paar fantastische Bilder nehmen. Die Bahnen sind so schrecklich. Ich weiß, wie sie fühlen. Ich bin hier mit dir. Ich bin hier mit dir. Du bist ein realer Survivor, Chloe. Ich weiß, dass du so viel mit dir hast. Ich habe keinen anderen fühlen mich sorry für mich. Ich kann das tun. Mit meinen Eltern. Mein Vater fühlt sich immer schuldig über das Auto zu kaufen. Ja, über Unfall reden. Du bist okay zu sprechen über das Auto zu sprechen? Wir haben nie wirklich nie. Es gibt nichts mehr zu sagen. Ein Bruder in einem SUV cut mich auf und ich flieh in ein Dich. Du erinnerst alles? Ich sah alles in bullet time. Ich fühle mich auf die Hände schnapp. Und das war das letzte Mal in meinem Körper. Ich bin wirklich sehr glücklich auf dem Hospital stand. Ich konnte nur ein Muskel verkaufen. Jesus. Ich weiß nicht was zu sagen. Ich sag nichts mehr. Ich bin nur glücklich, dass ich dich wiederher sehen konnte. Ich hab dann geschehen, aus dem Blut gewonnen. Ich konnte aus dem Blut gewonnen haben, wie die Mädchen aus Blackwell. Die Mädchen aus Blackwell. Ich glaube nicht, dass es Rachel ist. Ich glaube, dass es ein anderes ist. Ende der Welt, möglich. Sorry, ich habe nicht mehr zu sehen. Das war falsch. Du bist mein bester Freund. Max, danke für mich zu kommen. Du bist großartig. Ich glaube nicht so. Meine Nose ist kalt. Vielleicht sollten wir zurück nach meinem Ort? Es ist hella kalt hier. Hella? Ich liebe das Wort. Nein, das Wort. Franz. None taken. Es ist so eine komplett unterschiedliche Frau im Gegensatz zu der, der wir bis jetzt begegnet sind. Also ja, Chloe in der parallelen Welt. Schon extrem. Sehr extrem. Ja. Die Frau. Es ist ein ziemlich altes Spann. Es fühlt sich als eine Hightech-Gerde. Aber ich bin Glück, meine Eltern Buster haben die mir geholfen. Ich weiß es. Es ist schwierig für sie. Sie sind dankbar. Sie sind dankbar. Sie sind hier mit ihnen. Aber ich bin Glück, Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive. When you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, uh, need to get my drink on. Can you bring me some water? That's better. Drink up, Buttercup. Oh, man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I, no, you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. Well, it seems like we were kids in another life. What do you remember about us as kids? I think about us as little pirates running and jumping through Arcadia Bay. I think about us as little pirates in our own way. Oh, yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... I know I wasn't around much. No excuses. I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not super max. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Are they okay? I mean... Are they still happy together and everything? So now you're Dr. Bill? I guess they're good, considering they have to deal with me. They laugh and hold hands. And I hope they still get busy, too. I think Joyce and William are incredible. Max, The accident has been so hard on them. Our insurance sucks and the medical bills are fucking insane. Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost a million dollars a year. Oh, she's the... Oh, she's the... You're priceless. Uh... No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. Um, it would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? Uh, I think I'm in, like, a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know, I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Armband, Mundgestalter, Joystick, Computer, Minke, Danger Zone. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. It's nice, my parents sent a card at least. I wonder who this is. Kind of a generic card. Megan? I wasn't very available to Chloe. Real nice. Hm. Ja. At least I sent roadtrips selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Ja. Ah, die Make-A-Wish-Stiftung. Hm. Oh, die hatte ein Fable für Schneekugeln entwickelt. Hatte sie nicht auch im Alten so eine Schneekugel? So, hier müssten die DVDs drin sein. Ah, hier ist die DVD. Genau. Oh, mein Gott. Ich habe das Mix für sie, als wir 12 waren. Wie geil, Piratenmacht. Gut, dann legen wir mal die DVD ein. Blade Runner soll ein super Film sein, habe ich noch nie gesehen. Dummerweise. Müsste ich mal nachholen. Ich habe so viele alte, gute Filme nicht gesehen. Ich habe so viele auf meiner Liste. Hm. . compressiert. Untertitelung des ZDF, 2020